Moin meine lieben Heimwerker Freunde! Ja, ich habe vor einiger Zeit ein Schneidbrett gebaut und zwar aus Baumgossi-Holz. Das verlinke ich euch mal oben in die Infobox. Das hat leider nicht so geklappt. Ja, es waren mehrere Faktoren irgendwie, warum das nicht geklappt hat. Also unter anderem, weil die Temperaturen sehr kalt waren draußen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich das nochmal bauen werde und mir was überlegen werde. Und das habe ich heute getan und das werden wir jetzt zusammenbauen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Heimwerker Time So, als erstes werde ich mir erstmal überlegen, wie groß ich das mache. Ich werde das diesmal auf jeden Fall etwas kleiner halten als das letzte Mal. Ich habe dieses Holz auch diesmal trocknen lassen. Über Wochen, also ich habe mir das besorgt. Ich kriege diese Latten bei uns bei Reifeisen. Es ist glaube ich sehr schwer, irgendwie an solches Holz zu kommen. Es sei denn, über das Internet ist es auch ziemlich teuer. Also habe ich zumindest von anderen Zuschauern mitbekommen. Und ja, aber diese Pfahl, also es sind irgendwie viele Baumgossi-Fehle. So werden die auf jeden Fall bei uns verkauft. Die sind nicht so teuer, aber die sind halt klitsche nass. Und das habe ich jetzt über Wochen trocknen lassen. Und jetzt werde ich mal gucken, jetzt werde ich aus dieser einen Latte, werde ich das Schneidbrett machen. Und dann werde ich mal gucken, wie gesagt, ich will das nicht so groß machen. Ich teile mir das jetzt mal eben ein bisschen ein, dann werde ich das zuschneiden. Dann gucken, ich glaube zwei Meter lang ist die Latte oder Pfahl, je nachdem. Ja, ungefähr zwei Meter lang. Ähm, zwei Meter. In der Höhe werde ich das lassen. Komma, 5,5. 5,5. Ba, ba, ba. 30er Größe, also in der Breite oder Tiefe. 30 würde ja eigentlich lang. Oder noch ein mehr. Das wird sonst so schwer, ne. Ich mache erst mal ein kleineres. Das ist ja jetzt quasi mein zweiter Versuch. Ich mache jetzt 30. Ungefähr, aber bei 5,5 sind es ja dann 6 Stücke. Sind wir bei 30. Sind 33. 33 sieht doch schon gleich, genau. Also ich mache 6 Stücke. Jetzt muss ich 6 Stücke aus 1,90 rauskriegen. Dann machen wir das so. Da, 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 da. jetzt habe ich die mal nebeneinander gelegt so und hier sind jetzt trotzdem kleine unebenheiten drin weil dieser fall oder diese latte nicht hundertprozentig gerade ist jetzt habe ich leider nur ein kleines sägeblatt auf meiner tischkreissäge wo ich höchstens 4,5 cm sägen kann die anderen die ich habe die sind leider zu stumpf da muss ich mir unbedingt mal neues holen aber ich will das problem jetzt lösen weil ich würde die gerne in der höhe jetzt noch mal quasi zuschneiden dass ich das besser angeglichen bekommen weil durch meinen dicken hobel passt die geschichte auch nicht weil er nur 26 kann oder ich mache das anders ich jag die jetzt einzeln das ist aber auch blöde einzeln durch den dicken hobel vorher es geht einfach darum ich möchte das ja wieder zusammenleimen und das war das letzte mal echt das problem also ich habe vier mal oder so musste ich glaube ich das neu leimen weil das einfach nicht klebte jetzt ist mir aber aufgefallen wenn man das bongossi holz mit einem anderen holz zusammen kombiniert und leimt dann hält das bomben fest da ist meine idee nämlich dass ich hier nutten ein fräsen werde also quasi so lamellos und dann zusammen pressen will weil eine flachdübel fräse habe ich auch nicht also habe ich mir das nämlich so überlegt jetzt möchte ich aber natürlich das brett oder die einzelnen latten auf einer bestimmten dicke haben die ich gut vermitteln kann weil ich ja mit dem ober fräse mit der ober fräse genau die mitte erwischen möchte mit dem fräser wenn ich die jetzt einfach durch den dicken hobel hau da muss ich mal wieder messen 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 gucken bis ich sonst auf drei zentimeter bin bei mir tischkreissäge wäre mir das jetzt irgendwie lieber gewesen aber oder ich mache das ganze schneidbrett nur auf sechs aber ich will das soll ein bisschen größer sein das ist mir zu klein 30 33 finde ich schon gut schon eine schöne steak größe aber ja entscheiden sie sich jetzt oder ich leimt zusammen und dann arbeite ich jetzt einfach nach mit dem exzenterschleifer das wird aber eine schleiferei das auch ganz gerade hinzukriegen das ist auch nur das eine hier ne der eine ist ganz schön ach komm ich habe das jetzt durch den dicken hobel ich probiere das jetzt maschine geht mir zwar auf den sack manchmal aus oder so aber ich probiere es einfach nochmal so das abhobeln hat gut funktioniert oder sagen wir mal ganz gut so kleine unebenheit ist doch noch drin könnte aber auch sagen weil es nicht hundertprozentig im rechten winkel aber ist mir jetzt auch egal jetzt habe ich mir für den nutfräser ein 16 mm fräser hier eingesetzt jetzt muss ich gucken dass das hundertprozentig jetzt hier in der mitte reinkriege jetzt habe ich schon überlegt wenn ich das nicht hinbekommen sollte 16 mm ist ja auch wieder so ein blödes maß aber ich möchte schon gerne dass da dass das irgendwie ein bisschen dicker ist was da was ich da reinsetzt als lamello ersatz zeigt mir schon überlegt ich werde auf dem brett werde ich hier meine markierung machen und zwar ist das die markierung oder das markierte holz wird jeweils mit der rückseite an meinem anschlag quasi lang geführt dass auch wenn das nicht hundertprozentig mittig ist das trotzdem immer gewährleistet ist dass von einer seite aus immer der gleiche abstand ist probiere das jetzt trotzdem so gut wie möglich zu vermitteln aber wie es hinkriegt gar nicht so einfach was ich mir hier wieder ausgedacht habe aber schauen wir mal auf jeden fall würde es optisch auf jeden fall auch besser aussehen wenn es mittig ist jetzt ist auch die frage macht das mit augenmaß oder messen wäre schon sinnvoller weil wenn ich drei zentimeter ist das oder die bretter jetzt stark 16 mm ist der fräser das heißt 8 mm geht es in jede seite das heißt die mitte von drei sind 1,5 und das minus 0,8 das heißt 7 mm pro seite aber auch mit das 7 mm was für ein maß errichtet was für ein maß Untertitelung des ZDF, 2020 So, das Ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert, außer bei dem ersten, da war die Geschwindigkeit der Oberfräse zu gering, dass ich irgendwie weggelaufen bin. Ich habe die jetzt auf volle Geschwindigkeit gestellt und dann ging das wesentlich besser zu fräsen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich kann euch das mal so zeigen. So habe ich das auf jeden Fall gemeint. Da sollen dann gleich andere Hölzer mit eingeleimt werden. Ich bin mal echt gespannt, ob das aufgeht. Interessant wäre jetzt auch mal zu sehen, was ihr Zuschauer gerade am Monitor so denkt oder sagt. Ob ihr gerade vielleicht auch denkt, oh ne, das kann nichts werden. Naja. Auf jeden Fall werde ich diese jetzt noch weiter oder tiefer fräsen, weil das ist mir ein bisschen zu wenig. Gut wäre irgendwie, wenn ich so auf zwei Zentimeter komme, kann ich dann besser zusägen mit der Tischkreissäge. Ja, ich werde die jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer machen. Ja, und dann gucken wir gleich mal weiter. Bin mal echt gespannt. Und dann, die Rechtecke, die ich jetzt ausgefräst habe oder die sich jetzt gebildet haben, dadurch, dass ich die Hölzer so nebeneinander mache, sind ja so kleine Rechtecke drinne, ist jetzt 1,1 mal 2,2. Sind sehr, sehr gute Maße zum Arbeiten, aber Versuch macht klug und aufgeben gibt es nicht. Also gucken wir mal. Was hab ich denn da gemessen? Was hab ich da denn jetzt gemessen? Was hab ich denn da gemessen? Was hab ich denn da gemessen? der fräser hat ja 1,6 das ist noch zu zu leicht spielig das wird jetzt um Millimeter wird es jetzt gehen Millimeter Zehntel Zehntel Keine Ahnung ob ihr das sehen könnt gucke auf jeden Fall das passt das passt sehr sehr gut so Manners ich habe die Leisten hier zugeschnitten musste die auch zweimal schneiden aber das Ergebnis jetzt will ich euch das auch nicht so in die Kamera halten aber das kann sich gut sehen lassen also das geht auf und hier sitzt das jetzt irgendwie noch nicht so hundertprozentig aber auf der anderen Seite ich vermute mal dass ich das gezwungen bekomme mit den Zwingen aber das sieht so keine Ahnung ob die da überhaupt was von erkennen könnt wird das jetzt auch nicht so naja auf jeden Fall werde ich die Geschichte gleich zusammen ich schneide mir hier die Latten die schneide ich mir jetzt in Stücke brauche ich 4 Stück von und dann bin ich mal echt gespannt so meine Freunde der Sonne jetzt bin ich mal richtig gespannt ich habe das jetzt soweit zugeschnitten diese habe ich auch nur grob zugeschnitten die schneide ich mir mit der Japansäge oder was mit ab ja und meine selbstgebauten Bongossi Zwingen kommen endlich im Einsatz die habe ich eigentlich aus dem Hauptgrund gebaut wegen dem Schneidbrett weil ich unbedingt was haben wollte was ordentlich zwingen kann also ich wollte so oder so mir zwingen schon mal selber bauen und die habe ich aber aus dem FF gebaut weil das mit dem Schneidbrett nicht geklappt hat ja jetzt bin ich mal echt gespannt jetzt bin ich mal echt gespannt jetzt bin ich mal echt gespannt noch mal loslegen das wird bestimmt eine schöne Sauerei ok ok schon gut los Wahnsinn 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 der sitzt besser auf jeden Fall das kann jetzt natürlich auch ich habe es vorher ausprobiert also das hat schon schon hingehauen schon hingehauen das weiß ich nicht durch den Leim der kann auch nicht so einziehen ob der jetzt vielleicht einen Millimeter ausmacht aber ich werde gleich bei den Zwingen werde ich gleich alles geben und wer klappt es oder es klappt nicht aber ich denke mal dass ich dem Ziel definitiv näher komme gerade das ist wahrscheinlich das Stück was ich die ganze Zeit ausprobiert habe das ging gerade spielend so so jetzt sollen wir uns das ganze hier mal schön fest juckeln jetzt bin ich mal gespannt ob ich da noch ein bisschen was rausholen kann wäre ja sogar eine fünfte da brauche ich noch eine kleine trotzdem kleiner Versager das ist mir jetzt alles egal Hauptsache ich kriege das zusammen gepresst und vor allen Dingen das hält das hält das hält oh 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 ja ich freue mich gerade ein bisschen ne und vor allen funktionieren die Zwingen oh sehr gut so die Geschichte werde ich jetzt ich glaube mal zwei oder drei Tage einfach mal trocknen lassen da werde ich nicht bei gehen das werde ich so lassen und dann bin ich mal echt gespannt aber wenn das soweit ist seid ihr auf jeden Fall wieder dabei so meine lieben Heiberger Freunde drei Tage habe ich das jetzt trocknen lassen eigentlich würde ich jetzt gerne noch einen Tag länger trocknen lassen aber ich will auch unbedingt das auszwingen und gucken ob das geklappt hat ich bin echt ein bisschen also es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus ich habe hier habe ich schon mit dem Stechbeidel schon mal so ein bisschen ja den Lein weggenommen weil ich dann doch noch mal ein bisschen luschen wollte ob das jetzt zusammen gekommen ist aber wir bauen das jetzt mal auseinander und dann gucken wir mal ich bin echt gespannt so knacken oder bewegen tut sich nichts bleibt so in seiner eigentlichen Form also die Zwingen die haben 100% geklappt also die sind echt ich bin so froh dass ich mir die gebaut habe damit kann man echt also wirklich Power aufbringen auf die Zwingen ich bin auch froh dass ich die Griffe so kantig gemacht habe also dass ich die nicht irgendwie rumdrechseln konnte oder sowas kann man nämlich richtig schön das sieht gut aus auch hier sieht das gut aus da bin ich ja echt froh drüber ne das ist ja cool erst mal die Zwinge jetzt weg das hat geklappt das ist nur kleine Versatze Versetze Versatze ich weiß es nicht ist auch egal mal so ein paar Millimeter Millimeter vielleicht hier klappt es da nicht könnte es ja erst mal erst mal mit dem Exzenterschleifer grob So Freunde jetzt hat das erstmal mit dem Exzenterschleifer ein bisschen bearbeitet ich habe leider nur 120er Körnung da jetzt kriege ich das nicht hundertprozentig angeglichen jetzt werde ich mir das erstmal zuschneiden ich hatte erst gedacht gehabt dass ich dieses was jetzt hier raus steht quasi diese Verbindungsstücke mit einer japanischen Säge absäge aber da die Bretter auch nicht hundertprozentig gerade sind werde ich die ich weiß gar nicht wie groß das ist 28 kann ich glaube ich mit der Kappsäge machen werde ich mit der Kappsäge oder mit der Handkreissäge zurechtsägeln jetzt habe ich 28 mal 30 so dann säge ich das noch ein bisschen ab dann bin ich vielleicht bei 29 überlege ob ich das auf 26 oder 25,5 die eine Seite säge damit ich das nochmal durch den dicken Hugel schmeißen kann weil dann ist es auf jeden Fall also dieses Brett soll jetzt hundertprozentig werden das muss auf jeden Fall klappen also ich werde mir die jetzt erstmal oder ich werde mir das jetzt erstmal zuschneiden oder gerade schneiden ja das mache ich jetzt als erstes ja 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 das ja 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 Schrauben Sieg Schrauben Sieg 1,2,3,5,5 mm. meine lieben Heimwerker Freunde jetzt guckt euch mal dieses wunderschöne Schneidbrett an also das ist mir wirklich sehr 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 gut gelungen da bin ich richtig stolz drauf also das muss ich wirklich sagen vor allen Dingen wie gesagt wer das Video kennt wo ich schon mal ein Schneidbrett gebaut habe das war wesentlich größer wesentlich massiver der weiß dass ich echt arge Probleme hatte mit dem Verleim und diesmal hat das alles wirklich super geklappt also ihr kriegt gleich auch noch ein paar Nahaufnahmen auch dass ich mir das einfallen lassen habe hier mit diesen ja Nutenfräsen und eben halt das andere Holz mit einsetzen also es hat wirklich super geklappt das einzige was ist ich habe hier ein so eine Stelle da ist mir beim Fräsen ist mir irgendwie das Stück Holz weggegangen ja und das sieht man jetzt leider aber das ist das einzige was überhaupt an diesem Brett ja nicht hundertprozentig ist weil ich finde es wunder wunder wunderschön ich habe das ganze noch dreimal geölt ich habe das jetzt über Nacht trocknen lassen also wirklich da bin ich wirklich stolz drauf also das wird auch ein besonderes Schneidbrett sein also da keine Ahnung das wird irgendwie mal für Käse oder wenn ich ein Steak habe oder so schon für was besonderes ich habe ja mal ein schönes Messer ja auch mal bekommen vom Abonnenten oder vom Zuschauer ich denke mal dass diese Kombination dann zusammen ihren Auftritt haben wird und ja also ich bin da echt stolz drauf dass das wirklich geklappt hat und ich war auch echt verbissen also ich wollte auch unbedingt dass das klappt dass ich dieses Bongossi weil viele haben gesagt das ist ganz schwer zu verleihen und alles ist es auch keine frage aber es hat jetzt geklappt und ja ich bin super happy auf jeden fall ja wenn das video gefallen hat der gibt mir gerne einen Daumen nach oben wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat kann ihn gerne kostenlos abonnieren da freue ich mich immer riesig drüber ja und dann würde ich sagen wir sehen uns zunächst Projekt euer Kreativ Bär Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal